Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 war kein Platz mehr im Rettungsboot. Für mich war es auch sehr interessant, experimentelle Musik zu erleben und die Kinder mal zu lassen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weil eben die Materialien so angelegt waren, dass sie selber sich verwirklichen konnten. Und noch gar nicht? Oh, dann wird die Welle noch größer! Oh, jetzt ist die Welle schon überfallen, komm! Wir haben die Musik uns so ausgedacht, mit den Zeichen haben wir uns ausgedacht. Ich fand's gut, wie Lisa, also wie sie... die Geige gespielt haben, das war sehr schön. Eigene Ideen für die Ecke und die Flut entwickelt haben, fand ich sehr interessant. Ich finde es schön, dass ich Musik gemacht habe. Genau. Die Ecke geht, diese Musik. Untertitelung. BR 2018